Herzlich Willkommen bei Jusprofi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Heute bin ich bei Star-Anwalt und Strafverteidiger Mag. Werner Tomaneck. Herr Mag. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Carlos. Danke, dass Sie mich heute empfangen in Ihrer Kanzlei. Fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie Jus studiert haben und heute der Star-Anwalt geworden sind, der Sie sind? Ja, man kann so etwas nicht planen. Eigentlich habe ich keine typische Juristen-Biografie vorzuzeigen. Ich bin aufgewachsen im 16 Wiener Gemeindebezirk, in einem Gemeindepaar, war der erst in meiner Familie, die überhaupt in einem Gymnasium war, geschweige denn studieren durfte. Ich habe mir das Studium zum guten Teil auch selbst finanziert. Ich habe Privatstunden gegeben im Karate, war Briefträger und habe allerlei andere kreative Ideen gehabt, wie man sein Studium sonst finanzieren kann. Ich habe das dann in leidlicher Zeit von, ich glaube, so 13 Semestern oder so absolviert. Und herkunftsbedingt, dadurch, dass ich dann Arbeiterbezirk, Schrägstich-Gürtelbezirk groß geworden bin, hatte ich natürlich immer einen sehr illustren Bekanntenkreis. Durch diese Sozialisation, wo ich bereits Bekanntschaft gemacht habe, mittelbar mit den Problemen, die man mit zu viel Nähe zur Staatsgewalt, zur unabsichtlicher Nähe haben kann, war man am Scheideweg, wo man sagt, welchen Weg schlagt man nun ein? Geht man den Weg, wie viele Jugendfreunde oder wird man deren Anwalt? Ich habe mich dann aus pragmatischen Überlegungen, trotz der Weg meines sehr kript distanzierten Verhältnisses zur Staatsgewalt und so etwas damit in Verbindung zu bringen, das hat mich in diese Richtung gebracht, ohne dass ich etwas dagegen unternehmen konnte. Ich habe schon in der Schule immer Probleme mit Autoritäten gehabt, habe alles hinterfragt, was mit dem Satz beendet wurde, die Diskussion, das ist so, weil ich es so sage, damit habe ich mich nie zufrieden geben können und habe auch in keiner Weise irgendeine Konfrontation gescheut zum Leidwesen meiner Eltern. Aber es war der Vorteil, dass ich das Ganze auch mit Leistungen kompensieren konnte, also nur Rebell, ohne dass man was in der Birne hat, das führt zwangsläufig ins Desaster. Und dann habe ich natürlich als Konzipient bereits auch meine Jugendfreunde, eben die ganzen Gürtelbezirke, die Wiener, die Vorstadt, dann habe ich halt durch den Kampfsport und eine Affinität zu einem sehr traditionsreichen, dem traditionsreichsten österreichischen Fußballverein, also alles, was rund ums Weststadion passiert ist. Dort bin ich halt auch sozialisiert und das hat das mit sich gebracht. Und ich sitze auch nicht zufällig mit meiner Kanzlei der Neutorgasse. Hier schräg gegenüber war früher der Magistrat und der war zuständig für die wöchentliche Kontrolluntersuchung sämtlicher Prostituierter in Wien und für die Untersuchung der Drogenabhängigen, ob sie clean sind oder nicht. Also meine Kanzlei Adresse an Neutorgasse ist diesbezüglich auch historisch belastet. Das war die einzige Straße, die jeder Vorstadt Stritze eigentlich kannte, außer den Stephansplatz. Deswegen sitze ich eigentlich seit 22 Jahren hier. Also das ist schon relativ spannend. Sie sagen, Sie sind dort quasi sozialisiert worden, im 16., wobei man sagen muss, dass der 16. jetzt nicht zwangsläufig krimineller ist als andere Bezirke oder es war. Ich rede von heute vielleicht etwas früher anders. Hat sich das jetzt erweitert, ihr Spektrum an Klienten mittlerweile oder ist es immer noch so? Naja natürlich. Es gibt erstens einmal dieses klassische Wiener, das war für mich Weltkultur erweilig damals. Ich bin heute noch wirklich traurig darüber, dass man das dieser Stadt genommen hat, wenn man in den 90er Jahren den Gürtel auf- und abgefahren ist, an die Italiestraße raus, Felberstraße raus. Da war ja Hochbetrieb. Also da waren so hunderte Mädchen hintergestanden. Da hat alles floriert. Da ist das Glücksspiel, das verbotene Glücksspiel in den Hinterzimmern. Der Gürtelcafé hat prosperiert. Da ist auch richtig Geld umgesetzt worden. Das ist alles entfernt worden durch die Behörden und ich habe dann schon in den frühen 90er Jahren gewarnt. Ich habe gesagt, liebe Polizei, ihr werdet draufkommen, wenn ihr die Wiener Unterwelt umbringt. Das war an sich das Ziel. Es wird es keine Unterwelt mehr geben, sondern fünf, sechs andere ethnisch Besetzte, die euch relativ wenig respektvoll begegnen werden und im Unterschied zu den Wienern, die kann man immer mehr anrufen und sagen, komm zu mir her, wir müssen reden. Und dort sind wir jetzt angelangt, dass er selbst bei banalsten Amtshandlungen die Vega oder die Cobra mit Beschussämen in der Kleidung anruft. Das sind Realitäten. Das hat sich auch die Qualität der Insassen im Landesgericht für Strafsache in Wien dramatisch verschlechtert. In jeder Hinsicht. Es ist sehr heterogen geworden. Es ist multiethnisch geworden, was auch für die Justizbediensteten eine echte Herausforderung ist täglich. Wir haben uns ja kennengelernt bzw. habe ich sie angesprochen im Straflandesgericht vor dem großen Schwurgerichtssaal. Da gab es eine spannende Verhandlung. Ich habe auch zugeschaut ein bisschen. Sie haben ein Plädoyer gehalten. Ich habe ein bisschen recherchiert vor diesem Interview. Es ist schon mal vorgekommen, dass Sie angezeigt wurden nach einem Plädoyer. Ja, da bin ich. Das ist eine interessante Geschichte. Da hat mich der Behördenleiter der Staatsanwaltschaft in Korn-Neuburg angezeigt wegen, seines Erachtens noch frechem Plädoyers, wo ich einfach die Ermittlungsmethoden der Verfolgungsbehörden, also Polizei schrägst die Staatsanwaltschaft scharf, kritisiert habe. Ich wurde in der vergangenen Woche vom Disziplinrat von diesen Vorwürfen freigesprochen. Ich habe immer gesagt, das ist grenzwertig, aber es ist noch umfasst vom Recht auf freie Meinungsäußerung und auch vom Recht des Verteidigers unumwunden alles vorzubringen, was seine Mandanten nutzen könnte. Und das war ein Verfahren. In dem Moment, wo ich diese Emotionen verliere, gehe in Pension. Weil mich niemand mehr über die Polizei hat, über die Staatsanwaltschaft und deren Methoden, der teilweise wirklich fragwürdige Methoden aufregen kann, dann habe ich in dem Beruf nichts mehr verloren. Das hält mich frisch, das hält mich jung und das hält mich bei Laune. Verstehe. Also Sie haben jetzt fertig studiert, Sie haben sich immer wieder sportlich betätigt. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Karateausbildung auch. Ich habe ja mein ganzes 40 Jahre lang Kampfsport gemacht. Ich habe den sechsten Tag im 13. Okinawanischen Karate. Ich habe 15 Jahre lang Windschwung betrieben. Ich habe mich reduziert darauf an Systemerhaltung, sprich reines Kraftausdauertraining, damit ich halt meine Bewegungsapparat und mein Herz-Kreislauf-System in Schwung halte. Man wird im Alter nach 40 Jahren Kampfsport zwickt es schon ab und an in Knien und Schultern. Das sind halt die sehr stapazierten Gedenke. Aber man sollte immer schauen, dass man so weit in Form bleibt, dass man bei einem sitzenden Beruf ohne Bandscheibenvorfall über die Runden kommt. Das Wichtigste für einen Verteidiger ist nämlich, dass ich jeden Tag präsent mit sein kann. Und wenn der Körper nicht mehr mitspielt, ist es ein Desaster. Ja, das habe ich schon, als ich Sie das erste Mal medial wahrgenommen habe, das war damals in der ATV-Sendung die Reportage. Da ging es um Hells Angels. Ah, ja, ja. Das war schon eine Reihe sogar. Es gab mehrere diesbezügliche Reihen. Ich bin seit vielen Jahren von dem erwähnten Motorradclub, der Firmenanwalt in Wien und bei manchen anderen Chartern auch noch, bin denen seit vielen Jahren verbunden, zum Teil über Jahrzehnte schon. Und es ist ja so, dass es diese Art von Kriminalität, wie es eben Rockerkriminalität im Ausland gibt, bei uns ja auch Gott sei Dank nicht gibt. Man verbringt sich immer wieder mit organisierter Kriminalität, mit Drogenhandel, Prostitution und derartigen Dingen in Verbindung. Ich kann nur sagen, die Vorstrafen der Hells Angels in Österreich sind an einer Hand abzuziehen von die von sämtlichen Mitgliedern. Also wie Österreich ist in jeder Hinsicht da ein bisschen moderater. Jedenfalls hat man in der Reportage auch gesehen, dass sie sportlich aktiv waren. Da waren sie, glaube ich, beim Boxen. Das kann sein, ja. Jedenfalls ein guter Umstiegspunkt, wenn man so Mandanten vertritt, die vielleicht, von denen man hört, sie seien kriminell und man hört auch die einschlägigen Delikte, die vielleicht begangen worden sein könnten. Hat man da ein mulmiges Gefühl? Wahrscheinlich haben Sie sich mittlerweile schon mehr oder weniger daran gewöhnt, aber war das am Anfang vielleicht anders? Das war zu keinem Zeitpunkt ein Problem bei mir. Zumal, wie gesagt, also ich habe sicher, das habe ich oft schon in Interviews gesagt, ich habe möglicherweise auf den Straßen der Vorstadt in den 70er und 80er Jahren mehr gelernt für meinen Beruf aus einem Juridikum und den dazukommen, umgehörigen Büchern oder Bibliotheken. Bücher haben alle die gleiche, nur wenn man hier bestimmte Rituale, bestimmte Umgangsformen kennt und respektiert und es ist oft eine Subkultur, Gegenkultur und das Wort Unterwelt ist ja begrifflich bereits ein ziemlich abgeschlossenes System. Dass es hier natürlich ein eigenes Wertesystem gibt, muss einem klar sein und wenn man diesen Beruf ausübt, muss einem klar sein, dass man hier vielleicht auch, ohne es vielleicht unmittelbar zu merken, im Raubtierkäfig arbeitet. Man kommt bei manchen erst auf Besonderheiten, auf charakterliche oder medizinisch definierte drauf, nach einiger Zeit des Mandates. Dann schaut man sich die Biografien an, die ja aktenkundig sind und dann denken sie, gut, aber in dem Moment, wo ich beginne, mich von meinen Mandaten zu fürchten, sollte ich jedenfalls zurückziehen aus dem Ganzen. Das ist ein Verhältnis, also die, die da herkommen. Da sind sie alle in einer Situation, wo es froh sind, dass es mich gibt. Also ich bin der Letzte, mit dem man sich da eigentlich verscherzen will in dieser Phase. Anders ist es nach der Urte, da ist häufig die Dankbarkeit sehr überschaubar. Die Botschaft ist, dass man natürlich auch den Herrschaften, den Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen, ans Herz legen sollte, immer rechtzeitig darauf schauen, dass das Honorar vorher vollständig beglichen ist. Es gibt aus Kerkermauern relativ wenig Zahlungen dann zu erwarten. Spätestens nach zwei, drei Jahren in einer Justizanstalt ist ohnehin der Anwalt schuld dran, auch wenn der fünf Geständnisse schon vorher bei der Polizei abgelegt hat, hat ihn auch viel Geld für seine Verhältnisse bezahlt. Da erwartet er sich, dass sie das wegzahlen. Also das ist so und sie kommen ja dann eh wieder. Sie kriegen dann mit, dass, naja, ohne den Anwalt hätte ich das Gleiche gekriegt oder da hätte ich mich selber verteidigen, wenn jemand verfahren sollte. Das hören sie immer wieder, das muss abprallen. Aber das dürfen sie immer. Ich sage immer, es hat einen Grund, warum der auf der anderen Seite der Klasche besitzt als ich. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht Rechtsanwalt geworden wären? Das wage ich bei diesen Tendenzen. Die Art der Anwaltschaft, wie ich sie ausübe, ist für mich die schöne und legale Form des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Das ist auf legalem Boden, mit legalen Methoden. Das ist bei mir sehr tief drinnen. Ich will jetzt nicht ausmalen, was der Plan B. gewesen wäre. Also ich verstehe, es macht Ihnen also doch eine gewisse Art von Spaß, wenn Sie hier ein bisschen gegen den Staat anstehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der verteidigende Rechtsanwalt die Speerspitze der Grundrechtspflege ist und der Verteidigung der Grund- und Freiheitsrechte der Bürger. Absolut, ja. Und es ist dieses abgedroschene Sprichwort, Macht braucht Kontrolle. Natürlich braucht Macht Kontrolle. Und man muss immer wieder Grenzen aufzeigen, man muss immer den Finger in Wunden legen und man darf nicht sozusagen runtergehen vom Gas. Und man darf es nicht vom Tisch wischen lassen, man darf es nicht abdrehen lassen. Das ist unsere verdammte Pflicht. Und hier, auch wenn man allenfalls Gefahr läuft, selbst den Zorn der Obrigkeit auf sich zu legen, ist man schon mehrmals gelungen, dass das Imperium versucht zurückzusteigen. Wenn man das nicht auszuhalten meint, dann hat man in dieser Art der Rechtsanwaltschaft auch nichts verloren. Wir sind, sollten nicht die sein, die mit dem Rücken zur Tür aus einer Verhandlung rausgehen. Gibt es, wenn man in eine Verhandlung geht, oder vorab eigentlich schon, das kennt man vielleicht aus Filmen, aus diversen Serien, Deals mit der Staatsanwaltschaft, mit dem Richter, gibt es so etwas in der Realität auch? Das wäre jetzt natürlich, gerade wenn ich das abstreiten würde, dass das durchaus sehr lange an der Tagesordnung war und auch nicht unerwünscht war zur Verfahrensvereinfachung. Es ist ein Deal, unter Anführungszeichen, ist auch keine Absprache im verbotenen Sinne, wo man sagt, okay, ich gebe dir was dafür, dass du so und so entscheidest. Es war in 15, 20 Jahren viel unkomplizierter, um zu den gleichen Ergebnissen zu kommen wie heute. Da gab es einen richtigen Untersuchungsrichter, da gab es ein Ermittlungsverfahren, da wurde nicht fünfmal die Hauptverhandlung vertagt auf Kosten des Angeklagten, sondern da wurde auch fertig durchermittelt und auf diesen Grundlagen dann die Anklageschrift eingebracht. Das war mehr oder weniger durchermittelt und fertig ermittelt und alle Beweise waren am Tisch. Heute dem gegenüber wird bereits aufgrund von Indizien, die früher ein Ermittlungsansatz gewesen sind, einmal schnell, schnell eine Anklage, einen Strafantrag eingebracht und dann schauen wir einmal, wie die Verhandlung läuft und dann beantragt der Staatsanwalt noch Beweise, noch Beweise, die in Folge vielleicht zum Ergebnis führen, dass da eh nichts dran ist. Aber das ist die Existenz-Hörinie, es gibt allenfalls schon Konteröffnungen, der ist schon durch den Kakao gezogen worden, der Mandant medial, der kann sich schlicht und ergreifend aufhängen. Und wenn das jetzt der Unternehmer ist, der zu Unrecht in den Geruch des kriminellen Gerät und so freigesprochen oder so eingestellt kann man gar nicht werden. Es bleibt immer was Haften dran, dass dieses, da war doch einmal was bei dem, auch wenn er freigesprochen wurde, dann hat er es halt geschickt gemacht und hat einen gescheiten Anwalt gehabt. Und das ist das Problem der Stigmatisierung durch das Strafrecht. Und beispielsweise jetzt dieser unerträgliche BUWOG-Prozess, unerträglich dessen, wie man mag, zu den Herrschaften im Allgemeinen zu einem Krasse, im Besonderen stehen, wie man mag, sympathisch oder nicht sympathisch. Was hier passiert, sprengt alles, was ich bisher gesehen habe. Ich habe Mandanten, die haben zu Beginn des Ermittlungsverfahrens in dieser Kausa an Mord begangen. Und diese Ermittler werden bereits im Entlassungsverzug und werden in Kürze bedingt entlassen aus langjährigen Freiheitsstrafen, wo die anderen nicht einmal nur ein Urteil haben werden. Und da ist der Prozess die Strafe. Die sitzen hunderte Verhandlungstage, die ja faktisch unfinanzierbar, müssen die dort sein. Das heißt, in Wirklichkeit ist das bereits ein Freiheitsentzug. Ob die schuldig sind oder nicht, ist völlig egal. Jahre ihres Lebens waren die nicht berufstätig und kein Kreditinstitut beschäftigt, an der drei die Rätsel drei Jahre im großen Schulgericht soll verbraucht werden. Die können schlicht und ergreifend absolutieren. Im Fall der bei vielen zu erwarteten Freisprüche wird sich niemand entschuldigen. Und vor allem auch nicht kompensieren. Nein, natürlich, also gegen einen Pauschalbetrag von 5000 Euro bei den Schöfenverfahren im Fall des Freispruchs. Und das ist in etwa das, die Kosten von einem Verhandlungstag vernichtet. In kaum einer Relation zu setzen. Nein, in keiner. In keiner Zeit wirtschaftlich Reputation, also ein Berufsgeber, wenn ich sage, okay, habe ich halt. Die haben so eine Lebensbilanz, ich sage, okay, die war vielleicht dies nicht, weil für dies verurteilt, wäre keine dies und dies dafür nicht gewesen sein, weil dann habe ich da ein gutes Alibi. Die geben oft Sachen um das lieben Friedenswillen. Ich sage immer, ziehe einmal einen Schlussstrich und sage, was hast du gemacht, für was bist erwischt worden und verurteilt worden, also wer noch auf der To-Do-Liste jetzt ist, die sind meistens im Plus. Kann man pauschal sagen, ein Geständnis ist immer gescheiter. Nein. Also ich bin eher so der Verteidiger, der sagt, Klappe halten, erzählen Sie mir einfach Ihre Geschichte, ich schaue mir den Akt an und aus den beiden generiere ich die Wahrheit. Die präsentable Wahrheit. Und auf die immer wieder gestellte Frage, na ja, und wenn Sie wissen, dass der Schuldige ist, die kann ich empirisch aus meiner Erfahrung sagen, weil wir wissen ja im Wesentlichen tatsächlich, was passiert ist oder was, auch bei wohlwollender Betrachtung, ob da was dahinter ist, bin ich immer noch aufgrund von tausenden Verfahren, die ich geführt habe, der festen Überzeugung, dass mehr Unschuldige verurteilt, als Schuldige freigesprochen werden. Okay. Ganz einfach, weil von der Methodik, von des Ermittlungsverfahrens der Verteidiger natürlich immer zweiter ist. Und dass man natürlich auf Biegen und Brechen auch heute noch versucht, die Verdächtigen ihre Verteidigungsrechte zu beschneiden, indem man die einfach nicht mit einem Ladungsbescheid zu einer Verhandlung lädt, sondern sie auch ruft, dass sie gekommen ist, hergeschwind. Und wenn sie gleich da sind, dann holen wir ihn auf den Arbeitsplatz, sie werden noch schön schauen. In Wirklichkeit ist das ein kleiner Kiefer vielleicht, den es unter Druck setzen tut, auf Biegen und Brechen mit Jugendamt und Chef und Führerschein, wenn sie eine Aussage gegen die Zielperson, die sie für den Diller halten. Das ist an der Tagesordnung. Es werden falsche Versprechungen, auch das wird auf Biegen und Brechen noch immer auf vielen, vielen Dienststellen vor allem des Kriminaldienstes versucht, den Verteidiger fernzuhalten vom vor allem inhaftierten Beschuldigten. Gibt es Delikte, die Ihnen mehr liegen als andere bei der Verteidigung, wo Sie sich denken, ah, da freue ich mich jetzt auf die Verteidigung? Nein, da habe ich eigentlich insofern, dass ich sehe das Sinne Ihrer als Studio eigentlich. Es gibt einfach, ich merke es gleich, ob ich mit dem kann oder nicht. Wenn ich in der Überzeugung bin, dass ich glaube, dass ich in dem Fall aus persönlichen Gründen keine gute Arbeit leisten kann, dann sage ich das, sage ich beispielsweise so, ich sage es immer den anderen. Das betrifft häufig das Sexualstrafrecht. Dort haben Sie ganz, ganz selten heutige Schuldeinsichtige, Geständige. Wenn ich dann bei der kontaktorischen Verhandlung die Opfer sehe, glaube ich nach sehr, sehr, nach drei Jahrzehnten Erfahrung doch mir ein Bild machen zu können und ob das, was mir der erzählt, vielleicht in Eingang zu bringen ist mit einem Opfer, was da gerade kollabiert im Zuge der Einvernahme, weil es ein Flashback hat. Und da kann ich mich ja entscheiden, ob ich das wirklich mache. Es hat jeder Menschenrecht auf eine Verteidigung, nur wenn ich der Auffassung finde, ich kann das, glaube ich, gar nicht gut jetzt darstellen, ist besser, ich lasse das, muss man ehrlich sagen. Ich war noch ein Beispiel, aber das wäre so etwas, wo ich sage, ganz abgesehen von pragmatischen Überlegungen, dass sie es nicht besser machen, wenn man das vorgespielt wird in der Hauptverhandlung, ist Hängen im Saal, hat gesagt. Das ist nicht schön zu reden und das ist nicht eingeladen. Und deshalb geht es jetzt dann, die will nicht einmal Geld von ihnen, also was war das Motiv, sie falsch zu betasten. Aber auch da habe ich die Erfahrung, dass man sehr wenig Täter, nicht nur Beschuldigte, sondern Täter hat, die ja sagen, es wird viel Schindluder getrieben, genau in diesem Bereich des Sexualstoffs, die Verlängerung der Verjährungsfrist oder die Hemmung der Verjährungsfrist sich bis zum vorigen 28. Lebensjahr. Ist natürlich ein Wahnsinn, dass dann aufpoppen, auf einmal Sachverhalte, die vor 35, 40 Jahren angeblich geschehen sind und sie müssen sich als Mann faktisch frei beweisen. Das ist unmöglich. Und das ist natürlich die Kehrseite. Ich habe immer wieder Beschuldigte, die hier sitzen, die sind Freifuß halt dann, die sind erledigt, weil im Zuge von Sägerrechtsstreitigkeiten solche Dinge dann aufgebracht werden. Das gibt halt Delikte, da gibt es keinen Sachbeweis, den muss man nur geschickt behaupten. Das ist die gefährliche Drohung, das ist die Nötigung, das ist die Erpressung, das ist ja immer wieder die Vergewaltigung, wo es halt DNA-Spuren gibt, weil es tatsächlich einen Verkehr gegeben hat, der aber einvernehmlich war, dann verschlaft die Turb, kriegt vom angetrauten Ehegarten eine aufs Maul, wenn es heimkommt und dann erzählt es die traurige Geschichte, dass er das gefangen gehalten und vergewaltigt worden ist vom bösen Herrn nebenan und damit sie Ruhe hat und dann sitzt er am Knast. Und wenn die das gut umgebringt, sitzt er, wird er wirklich verurteilt. Die ist ja als Zeuge unter Wahrheitspflicht, natürlich, und die ist ja strafbar und das ist das Totschlagargument schlechthin, warum soll ich das sagen? Dann ist ja jeder Zeuge, ich sage dann die Wahrheit nicht, immer wieder sagen Zeugen die Unwahrheit, ganz, ganz, ganz oft und sogar der gleiche Zeuge oft mehrere Wahrheiten und es gibt Motive, vielerlei Motive, es gibt dann Borderline-Persönlichkeiten, für die ist das auch in dem Moment die Wahrheit. Und das natürlich als Anwalt, da hier die Meinung des Gerichtes, die hier relativ früh zu erahnen ist, dann zu erschüttern, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wobei, es gilt ja auch immer noch der Grundsatz, in dubio pro reo. Das, ja, das haben Sie auch schon erklärt, das ist sehr verbreitet, diese Arbeitshypothese. Man wird ein bisschen zynisch vielleicht, also ich sage immer, die endet am großen grünen Tor, der Landesgerichtstraße, diese Unschuldsvermutung. Und in dem Moment, wo Sie eine Anklageschrift haben, ist die Tendenz, dass hier ergebnisorientiert dann weitergearbeitet wird. Die Unschuldsvermutung sollte schon bei der Ermittlungstätigkeit der Sicherheitsbehörden einmal beginnen. Da sind wir wieder beim Punkt, das Recht auf Verteidiger. In dem Moment, wo ich den vielleicht fremdsprachigen Beschuldigten auch nicht aufkläre, in seiner Muttersprache, weil seine Beschuldigten rechte, ihm bei der Ladung am Telefon nicht sagt, dass er das Recht hat, mit einem Anwalt zu kommen, Akteneinsicht zu nehmen. Das ist ganz bewusst rüberfahren, wo ist denn da die Unschuldsvermutung, wenn ich den schon bedrohe, unter Anführungszeichen, wenn er nicht kooperiert, dass er dann inhaftiert wird. Und dass er, wenn er mit einem Anwalt kommt, dann schaut er das gleich so aus, als wäre er ja schuldig. Genau. Das sind die Realitäten, mit denen wir täglich zu tun haben. Also da können Sie ja die Unschuldsvermutung schon von Anfang an aufzeichnen, weil wenn Sie ein oder selbe Telefongespräch vor einer Telefonüberwachung vorspielen, einen Polizisten vom Suchtgiftreferat, einen von der Fremdenpolizei, einen von der Wirtschaftspolizei, da liest jeder das heraus, was er als seinen Ermittlungsbereich gewohnt ist, herauszulesen, weil, treffen wir uns um eine, ist für einen Suchtgiftpolizisten ein Code für eine mutmaßliche Suchtübergabe. Suchtmittelübergabe. Warum? Du hast Zeit auf einen Kaffee, Kaffee ist das Synonym für Aschisch. Was? Das ist immer das gleiche, was die reininterpretieren in ganz normale, banale Dialoge. Und die schreiben das aber so rein vor lauter Unschuldsvermutung. Wenn sie Polizei anzeigen, Abschlussberichte lesen, da sind sie sprachlos überwältigt von der Absenz dieser Unschuldsvermutung. Da wird wirklich Beweiswürdigung gleich antizipiert, ohne dass das Gericht oder Staatsanwalt den Beschuldigten gesehen hätte. Das ist ja das Problem. Der ermittelnde Staatsanwalt, der persönlich ermittelnde Staatsanwalt, der findet ja faktisch nicht statt. Da sitzt ja eine Ausnahme bei glamourösen Causen, sitzt da ab und an der Staatsanwalt dabei. Aber sonst lassen sie sich an Polizei schon ganz gerne allein mit denen und wollen mit denen. Die wollen da gar nicht mehr wissen, habe ich den Eindruck. Ich war unlängst einmal zuschauen bei einer Verhandlung und das Interessante daran war, dass dann gesagt wurde, ob der unschuldig ist, naja, der hat sich ja einen Strafverteidiger geholt, wobei der eigentlich keinen Anspruch auf Verfahrenshilfe gehabt hätte. Das heißt, der zahlt ihn auch noch aus eigener Tasche, also so unschuldig kann er nicht sein. Und da frage ich mich natürlich immer, wenn jemand, das war einer, der war Asylant oder so. Wenn man in einem fremden Land ist, wie dieser Asylant jetzt, natürlich nimmt man sich dann einen Anwalt, um irgendwie das Schlimmste zu vermeiden. Natürlich wirkt das dann vielleicht ein bisschen… Es ist gut, dass Sie das sagen, das höre ich öfter von Herrschaften, die mir irgendwo auch privat treten. Ich habe Probleme gehabt, ich wäre eh gern zu Ihnen gekommen, dann habe aber alle gesagt, wie schaut denn das aus, wenn du sowas mit Dominik da kommst. Das schaut ja praktisch aus, als musst du ein irrsinnig schlechtes Gewissen haben. Richtig. Das ist nämlich dieser Umkehrschluss, der sagt, um Gottes Willen, ich bin unschuldig. Also ja, und das ist natürlich, wenn Sie jetzt diffuse Schmerzen im Oberbauch haben und Sie gehen zu einem Spezialisten für Oberbauchschmerzen, Gastroenterologen oder sowas immer, liegt ja das auf der Hand. Da gehen Sie auch nicht zum Augenarzt oder zum praktischen Arzt. Es gibt ein paar ganz wenige, die jetzt in diesem Segment so hoch spezialisiert sind, dann sind ja die Richter ehrlich gesagt froh, wenn einer von uns kommt, als wenn einer kommt, der Hauptberuflich Mietverträge macht und da sitzt er vor allem in einem Schulgericht drin und hat kaum noch von Ablauf einer Strafprozesse. Also die arbeiten ja auch ganz gern auf Augenhöhe. Bin ich bei Ihnen, aber damit müssen wir halt leben. Und auch das Recht der Aussageverweigerung wird so transportiert von der Polizei beim nicht vertretenen Beschuldigen. Das ist wie eine Schuldeingestellung. Mhm. Da wir jetzt ohnehin schon irgendwie in den zweiten Teil reingerutscht sind mit allgemeinen aktuellen Themen, die gerade im Strafrecht relevant sind, was gibt es denn aktuell für interessante Thematiken im Strafrecht? Beziehungsweise gibt es interessante Themen, an denen Sie gerade arbeiten? Also ich kann, wie gesagt, nach drei Jahrzehnten fällt Ihnen das eigentlich jetzt nicht so aufhören, wie jemand, der nicht in diesem Biotop die ganze Zeit herumfischt. Man glaubt immer, man hat schon alles gesehen, ist dann doch nicht so, es kommt dann immer noch Sahnehäubchen drauf. Zur Zeit ist eigentlich, also diese Post-Corona-Zeit ist vielleicht jetzt nicht ganz exemplarisch für das, weil es ist, ich bin ausgebucht zu über 100 Prozent wie immer und das beginnt bei Gewalt in der Familie, also die typischen Wegweisungen, Körperverletzungen, das Ganze ist natürlich auch mit Kohlenkosten verbunden, solche dann mit Scheidungsverfahren, Absorge, Unterhalt, Vorlauf und Unterhalt. Also aus einer Streitigkeit in der Lockdown-Zeit, da poppen jetzt schon mal sich Beziehungsdefekte auf. Manche Herrschaften haben ja nicht nur eine Beziehung, sondern mehrere Parallelbeziehungen, teilweise sogar mit Kindern sehen. Die haben hier mitunter ein bisschen schwergetan, hier das zu kamuflieren und da wird die eine oder beide ein bisschen misstrauisch und die Frauen entwickeln da sehr bald ein gesundes Misstrauen, wenn der dann am Klo sitzt und SMS verschickt und das Ganze über zwei, drei Monate Lockdown schwer zu verbergen und der andere wird auch misstrauisch, die mit zwei Kindern zu Hause sitzt und irgendwie den Papa nicht sieht. Da kommen schon ganz drollige, unter Anführungszeichen, Konstellationen hervor. Also ja, da war das eh pragmatisch. Es gibt eine neue Art der Kriminalität, die aber noch nicht so virulent wird, weil die Ermittlungen aus Techniken hier sicher sehr weit zurück sind, das ist das ganze IT-Crime. Der Cybercrime. Der Cybercrime. Und da sind natürlich bereits 12, 13-jährige Herrschaften im Kinderzimmer tödliche Waffen. Ich habe schon so Hacker vertreten, das war unglaublich. Der war damals 15 Jahre und hat damals einfach aus Jux und Tolerei das Bundeskriminalamt Wiesbaden eine Woche lahmgelegt, dann den bayerischen Innenminister Schäubel lahmgelegt, in seinen Computer gehängt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das wirklich pfiffig gefunden. Der hat niemand wehtan und der hat auch einmal den Herrschaften, auch die ermittelnden Beamten haben das hinter Vorgehaltenen mit einem gewissen Schmunzeln betrachtet, wenn die so gescheiten Kollegen in Germanien plötzlich da von einem 14-Jährigen aus dem Kinderzimmer einfach das Licht abgedreht wird. Was ist dann mit dem passiert? Naja, der ist dann beim dritten Mal der langjährige Freiheitsstrafe. Ich habe der Mutter gesagt, bitte tun Sie dem Kind den Stecker rausziehen, kaufen Sie einem einen Fußball oder eine Boxhandschuhe und schicken ihn in den Park. Der glaubt, der ist der liebe Gott im Internet. Beim zweiten Mal war er schon ein bisschen empfindlicher, da hat er schon begonnen. Dass er erkannt hat, dass man das auch als Geschäftsmodell im Sinne von schickt fingierte Rechnungen aus mit einer anderen Kontonummer. Da ist er schon bis in den U-Hoff gesessen. Beim dritten Mal war das schon ein Netzwerk, wo der Kapo in der Türkei gesessen ist. Die kannten einander nur per Nicknames und haben einen Schaden, glaube ich, von 6 Millionen Euro ein paar so Kinder verursacht. Geld unbekannt. Nicht schlecht. Das Geld ist unbekannt. Nur woanders. Ist nicht weg, ist nur woanders das Geld. In Amerika kriegt man dafür einen Job. Oder 1000 Jahre Knast. Entweder sie arbeiten für die NSA weiter oder sie sitzen 1000 Jahre wegen Hochverrats. Verschippeln sie in irgendein Gefängnis mit lauter Harlem-Bewohnern. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Kapitel im Strafrecht, das in der Zukunft wahrscheinlich noch viel größer sein wird. Ja, das geht weit in den militärischen Bereich natürlich rein. Damit kann man ganze Kontinente in Wirklichkeit lahmlegen. Da gibt es ein gutes Buch dazu sogar. Das glaube ich heißt Cyberwar. Ziemlich spannend. Fängt damit an, dass plötzlich die Internetverbindung zu Europa gekauft hat. Ja, es gibt ja Blackout. Das habe ich gerade fertig gelesen. Das von einem österreichischen Journalisten, der früher für den Standard geschrieben hat. Das ist da, Elsberg heißt der. Blackout. Blackout. Ja, ja. Das ist natürlich, da wird man paranoid. Dann habe ich eben gut abgelesen, das Buch von Snowden. Das ist auch für Steinzeitmenschen begrifflich soweit nachvollziehbar, wenn der einmal sagt, er kauft so ein Handy oder ein Computer, das erste was er macht ist, er pickt einmal die Kameras ab. Wer selber das Ganze hätte, wenn das eine Fingerübung ist für einen Anfänger, der ihn zu Hause im Fernseher auftaucht und schaut, was ich da auch mache. Also, wie mag ich mein altes Viertel Telefon wieder haben? Ja gut, dann können wir vielleicht gleich in den dritten und letzten Punkt überlegen. Was empfehlen Sie jungen Juristen, aber auch Nicht-Juristen? Was haben Sie generell so für Tipps an unsere Zuhörer? Bleiben Sie beim Menschen, beim analogen Menschen, Gottes Willen. Verlassen Sie diese virtuellen Fantasiewelten. Suchen Sie die Nähe von Menschen in 3D. Schauen Sie den Leuten ins Gesicht. Pflegen Sie Dialoge, Beziehungen, Freundschaften genauso wie Feindschaften in analoger Art und Weise. Verstecken Sie sie nicht hinter verdammten Nick. Nehmen Sie Internet, wo widerwärtige Heckenschützen einfach unerkannt und ungestraft tun und lassen können, was sie wollen. Egal von welcher politischen oder religiösen Wahnsinnsidee dies beherrscht sind. Sie sind feige Schweine, die nicht den Kampf mit offenen Visieren sich auszutragen trauen. Und Sie lernen am meisten über Menschen von den Menschen. Sie müssen nicht nette Menschen sein. Das ist keine Voraussetzung. So viel gibt es davon nicht. Sie lernen auch vom größten Idioten aus. Aber sie lernen bestimmte Verhaltensmuster auch abzuschätzen. Wenn Sie ihn unter ihresgleichen und ihn mit lauter hoch ausgebildeten, das müssen nicht unbedingt gescheite Leute sein, aber die ganz viele Buchstaben vor oder hinter Namen haben und die verschimmeln in Großkanzleien. Und wenn der einen Verkehrsunfall hat, muss er zu so einem banalen Feldwald- und Wiesenanwalt wie mir kommen. Wer nicht einmal weiß, wie man eine Schadenmeldung bei einer Versicherung schreibt, dafür kann er eine Offshore-Gesellschaft auf die Cayman Islands gründen. Aber in dem Moment, wenn er mit der Frau zu Hause Krieg hat, sitzt er da draußen im Vorzimmer. Also das meiste für den Frontanwalt lernen Sie an der Front am Menschen. Und mir ist das völlig egal, wenn sich bei mir jemanden bewirbt und der winkt mit irgendwelchen Auszeichnungen und LLMs und MSCs oder so und wo er studiert hat. Also gut, ich lieb dann studiert haben, weil sonst hätten Sie vielleicht gar kein Vorstellungstermin bekommen. Was haben Sie noch gemacht? Waren Sie am Fußballbrot? Haben Sie vielleicht aus Kölner gearbeitet? In welchem Biotop sind Sie gearbeitet? Wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie haben es da beim Elmeyer gemacht. Ja, das ist jetzt noch nicht wirklich sehr hilfreich bei einem Strafverteidiger. Da draußen sitzt einer, der ist jetzt im zweiten Bild und ich will zum Autor kommen, da ist ein kleiner Schweißer und Schlosser. Und dann im Alter mit drei Kindern, so gut, wie bei mir arbeiten, ein Student und jetzt macht er sein Studium fertig. Die haben alle schon ein Leben hinter sich vor dieser Juristerei und die sind mir viel hilfreicher als jemand, der im Elfenbeinturm der Wissenschaft aufgewachsen ist. Die gerade mit meinen sehr speziellen Klienten gar nicht so gut umgehen können und da eher Blockaden haben, also gar nicht davon zu reden, weil die zur Besprechung ins Halbgesperre in der Justizanstalt schickt. Das geht gar nicht. Auch die Insassen merken natürlich die Unsicherheiten und die sagen halt dann, den Schnuck, ich bring mir der Herrli, ich will einen Boss haben, aber lieb. Ist so. Und es ist auch ohne Sexismus natürlich ein schwerer Stand, wenn sozial bewegte Damen meinen, sie wollen als Strafverteidiger realisieren, weil sie die ganz guten Menschen glauben, schon von der Struktur der Insassen, von der Art, wie die meisten, ich muss jetzt vorsichtig, die Insassen sozialisiert sind, herkunfts- oder religionsbedingt, bevorzugen die das Gespräch mit Männern auf den Punkt gebracht. Jeder kann sich denken, was ich meine, aber die wollen nicht so richtig. Ich kann nur empfehlen, schauen Sie sich das echte Leben an. Wenn Sie dazu ein bisschen was von der Juristerei verstehen, schadet das nicht, aber Sie können die Defizite dort durchaus kompensieren mit dem, was man in Wien heute immer noch mit dem leicht abhandengekommenen Wort Schmäh skizzieren kann. In diesem Sinne sage ich vielen Dank Herr Minister. Sehr gerne. Vielen Dank. ी Untertitelung des ZDF, 2020